Hey Leute und willkommen zur nächsten Runde Battlefield 4 und das sieht so aus, als wenn die Runde nicht so lange gehen wird, weil die Feinde haben nur noch 423 Tickets, aber ich wollte nicht immer nur so lange Parts bringen, deswegen jetzt auch mal sowas. Okay, Kaspische Grenze war auch nicht so lange, aber ich weiß, das ist so, wenn ein Part lange geht, dass man nicht so Lust hat, wirklich das zu Ende zu gucken und deswegen bringe ich heute mal einen Kürzer an und es geht ja direkt ab mit dem Heli-Action. Oh, und den habe ich auch noch zerstört, sehr schön. Geht auf jeden Fall schon mal los. So, und mal schauen, was ich heute erreiche, vielleicht kann hier, vielleicht wird das ja auch ein Heli-Partner, das wäre natürlich auch geil. Guck mal, da steht auch noch ein Fahrzeug, das ist sogar ein feindliches und boom. Wurde der gekickt oder so? Keine Ahnung, weil da plötzlich keiner mehr drin war. Ja, guck mal, da ist noch ein anderer Panzer. Ach, guck mal, da will ich mich runterholen. Sollte lieber ganz schnell über ihn fliegen, sonst bin ich gleich echt down. So, überweg fliegen. Ja, also anscheinend ist unser Team, ja okay, sind auch nicht viele drin, aber noch ist es nicht langweilig, also ist ja gerade angefangen. Guck mal, was man trotzdem hier erreichen kann. Ach, guck mal, da ist er. Boom. Ah, aber guck, da hat er noch gezählt, der Schuss, der Treffer. So, mal schießen. Gut. Und jetzt bin ich gleich bestimmt down, weil er mich abballert. Ah, da ist er. Okay, Hilfe, schade, schade. Ähm. Ey, das ist ja mies, was die hier betreiben, also. Guck mal, das ist das nächste Fahrzeug. Oh mein Gott. So, oh mein Gott, hinter mir ist auch noch ein Panzer. Und da ist ein Jet. Okay, okay. Ich mach jetzt mal den hier. Ja. Lange nicht mehr so geflogen, also. Muss mal wieder gucken, ob ich das hier gut hinkriege, aber. Noch bin ich ja nicht abgestürzt, also ist noch alles in Butter. So, siehst du wohl. Läuft auf jeden Fall. Guck mal, da ist der andere Panzer. Könnte ich jetzt auch theoretisch bei ihm landen, ne? Ja, komm, mach ich jetzt mal. Okay, ist weg. Ich wollte nämlich hinter ihm. Egal, sag ich jetzt nicht. Jetzt schaffe ich das ja gleich noch. Wäre auf jeden Fall lustig. Da habe ich doch ein feindliches Fahrzeug oder Ding in ZDM, was mich jetzt auch runterholen will. Aber so leicht ist das nicht mit mir. Okay, der trifft mich. Da würde ich mich jetzt einmal treffen. Oh, aber gut, gerettet, jetzt fliege ich mal zurück in die Basis. Und die Scheiße, ich habe ja noch die AR-Armin von letztem Part und so drin. Hm. Deswegen lande ich mal kurz hier. Und werde die auch hier schön platzieren. Ähm, mal so und so. Ja. Und wenn ich denn Sicherheit brauche, dann fliege ich einfach mal hier rüber und dann wird er schon beballert. Ja. Das ist doch ein guter Plan. So. Da hinten ist doch schon wieder was. Jetzt nicht mehr. Und... Da ist noch einer. Du Schwein! Tut ist mein Teammate. Mein Gott. Okay, ich denke mal, das ist die Flugabwehr. Der hat beide Raketen auf einmal geschossen. Das war dumm. Aber... Muss er ja wissen, ne? Ich möchte mal gucken, was da hinten so abgeht, was mich da so die ganze Zeit anvisiert. Aber das ist doch der Hebe. Da war ein Typ. Okay, scheiße. Der hat noch sein Schild gehabt, sein... Das kann man gut vergleichen mit den Trophy-Systemen in Call of Duty allgemein. Gut, ausgeschaltetes Fahrzeug. Alter. Der merkt das echt überhaupt nicht, ey. Krass. So. Den ballert ich, glaube ich, einfach mal normal an. Ah, guck mal, der ist schon down. Danke, sagt der eine. Ich könnte auch theoretisch die Fahrzeuge schon mal damage machen. Ach, guck mal, da läuft auch einer. Aber ich gehe jetzt wieder weg, weil das ist echt mies, was ich hier bitte. Also Spawn-Trappen, das ist echt kacke. Ne, das mag ich nicht. Vor allem, wenn man jetzt denkt, man ist selber in deren... Äh, ja. In deren Geschehen. Also man Spawn einfach und plötzlich ist da ein scheiß Heli, der einen die ganze Zeit weg holt. Also, ne. Das ist unfair. Privat hätte ich das bestimmt noch gemacht, aber... Ne, keine Ahnung. Aber auch bestimmt nicht lange. Finde ich kacke. Ah, hinter mir ist ein Heli. Schnell zu meinen Armin. Ich weiß nicht, wo bin ich da platziert. No. So, da hinten. Irgendwo hier vorne. Hä, sind die weg? Ne, da. Jetzt kommt der mir her. Na? Hä, Leute, der ist echt weggegangen, weil er keine Raketen hatte, oder was? Ein Freund von mir, der kommt nicht mit der Fahrzeugsteuerung klar. Okay, vielleicht liegt das auch daran, weil er noch nie Battlefield 4 gespielt hat, so richtig. Aber das lernt man ja auch alles. Ich merke schon, ich war mal besser mit Heli fliegen. Ich war auf jeden Fall mal besser. Guck mal da. Den kann ich helfen. Sehr schön. Noch ein Kill. Sergeant, oops, Fox Hunt. Oder Fox Hunt, habe ich gekillt. So. Boah, die Runde, die wird extrem kurz. Ja, also eine fixe Runde am Abend, am Tag, wann auch immer ich das hochlade. So, irgendein Assi, die sieht mich da schon wieder an. Das ist der hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Okay, jetzt geht es zu Fuß weiter. Oh mein Gott, irgendwas ballert mich ab. Oh mein Gott. Das ist der andere. Oh nein. Warum schießen meine Army nicht? Warum? Ich habe die, glaube ich, scheiße platziert. Aber der spielt mit Wermutsuche. Ey, ich finde das echt so nubig, ne? Ich finde es lieber besser, wenn man mit diesen Dingens spielt, was ich halt benutze. Damit man schön die feindlichen Fahrzeuge noch killen kann. Und ich nehme jetzt das Werkzeug mit. Und warum auch immer ich, dass hier nochmal alles angezeigt wird. Das ist einfach manchmal echt so verpackt, ne? So. Und zwei Beine. So. Hm. Mal schauen. Ich glaube, ich spawne einfach mal. Ne, nicht da. Hier. Mit dem Dirtbike. Oh yeah. Geht ab. So. Wow. Also ich fahre ja gerne so in dieser Perspektive. Aber manche fahren auch gerne so. Hat man natürlich mehr Sicht um sich rum so. Aber keine Ahnung. Das ist Battlefee. Da spielt man halt aus der First Person. Also, ne? Siehst du? Und ich komme damit auch ganz gut klar. Leute, 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 Leute. Ja, da bin ich wohl... Oh mein Gott. Hi, Panzer. Hallo. Guten Tag. Nein. Oh, Leute. Ich dachte, Panzer hat mich abgeschossen. Aber es war noch eine Mine. Gut. Also, das würde ich jetzt echt schlimmer finden, wenn der Panzer mich getroffen hätte. Ach, guck mal. Heli. Yeah. So, jetzt räche ich mich mal extrem mies. Ach, guck mal. Da hinten ist dann wieder der Heli. Ich werde, glaube ich, nochmal hier landen und die Armee platzieren. Oh mein Gott. Gut, guter Moment jetzt hier. Viel Spaß, mein Lieber. Bäm. Siehste wohl. Haha. Fliegenklatsche. Nice, Alter. Krass. Das hat ihn wirklich zerfetzt. Ey, vor allem, er hat auch gerade seine Abwehrdingens da gezündet, seinen Rauch. Oh, lol. Der Panzer, ein enger Panzer hat mich getroffen. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Ich hätte den Heli jetzt reparieren können, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so gut gewesen wäre. Ich will jetzt hier Kitzgeiern. Jetzt ist ein kleiner Killgeier. Na, da ist noch einer. So. Bist du wohl, zwar habe ich schon. Das ist ein Teammate. Da hätten kommt ein Panzer. Na, du platzierst ja keine Minen. Guck mal, der hat ja auch mal einen Minen platziert schon. Die mache ich jetzt ganz einfach kaputt. Zack. Und da hinten nochmal. Zack. Ah, das war nicht richtig. Ich kann auch die mit drauf schießen. Wenn ich treffen würde. Oh mein Gott. Nein. Oh. Scheiße. Das war ein richtig fällmäßiger Tod. Aber die Waffe, die sieht irgendwie aus wie so ein Reparaturwerkzeug. Irgendwie so ein bisschen. Aha. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. So. Rache ist süß, würde ich sagen. Mal schauen. Da ist ein Panzer. Könnte ich höchstens schweißen. Oh mein Gott. Der hat mich gesehen. Was? Was? Ah, der trifft mich nicht. Der ist einfach nicht so gut. Der hat nicht so viel Skill. Hehe. Ja, der will mich trotzdem geiern. Alter. Schießt der echt die ganze Zeit auf mich? Ja, lol. Hallo. Meine Fresse. Okay, dann laufe ich ganz einfach außenrum. Ist natürlich kacke, weil ich jetzt außenrum halt laufe, ne? Aber besser als zu sterben, ne? Guck mal, mein Freund. Oh mein Gott. Kommt er jetzt hinterher? Hoffen wir es mal nicht. So. Ah, der wird locker damit rechnen, dass ich jetzt von hinten komme, oder? Oder die sind schon kaputt. Egal, so ein bisschen Ablenkung war das auch auf jeden Fall. Den treffe ich dann irgendwie nicht. Oh mein Gott, sind das viele. Wow. Einen habe ich erwischt. Da sind echt viele. Den habe ich auch nochmal geholt. Nein. Oh, wie kommt der denn jetzt her? Meine Fresse. Scheiße. Mann. Mann. Oh, die halten sich immer ganz gut, die Feinde, obwohl die... Aber die werden es nicht schaffen. Die werden nicht gewinnen. Auf keinen Fall. Das ist unmenschlich, wenn die das noch schaffen. Komm, Jet. Guck, was ich damit machen kann. Wenn ich eine Heli sehe... Ach, guck mal, da ist doch was. Fliegt doch was. Was fliegt denn da? Was fliegt denn da? Hurra, hurra. Ah, scheiße. Komm, okay. Das war scheiße von mir. Das war extrem scheiße, einfach auf ihn draufzuhalten. Aber... Sonst ist mir nie was passiert. Ich bin nie explodiert. Und das können wir ja mal den zweiten Versuch auch ausprobieren. Schala ist auch schon mal der erste Jet. Guck mal, der ist ausgestiegen. Ja, komm. Ich bin nicht so ein Lieber... Also ich bin nicht so ein Jet Li-Power. Ich bin lieber so Fußsoldat, wie man hier sieht. So ein James Bond-Soldat. Mann, das war überhaupt nicht geplant, dass ich jetzt noch so... noch einen weghole, aber... Jaja. Den Bomber habe ich ja sowieso schon gezeigt. Müsste man in diesen... Ja... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Runde genannt habe. Auf jeden Fall habe ich den schon mal ges... äh, gemacht den Bomber. Auf jeden Fall auf einer China Rising Map, wo man nur als Fußsoldat ist. Leute, hat aber ganz schön viel Schaden gemacht. Dafür, dass es kein... Teil ist... für richtige Fahrzeuge. Da oben ist ein Heli. Okay. Stürzt ab. In der Richtung, okay. Okay, der ist down. Ja, ähm... Dann platziere ich die mal woanders. Und zwar... Die kommen ja von da hinten. Also mache ich jetzt da so einen hin. Und... Nein, scheiße. Und... Hier. Und siehst du, da... Guck mal, da war der erste Jet schon dann. Aber der hat das leider abgewehrt. Da kommt ein Fallschirmjäger. Den würde ich mir gerne erjagen. Ha, ha, ha. Wo ist der denn gelandet? Das ist ein Bild. Wo der ist ausgestiegen. Wo der ist down, ich weiß es nicht. Ja, der ist down. Ne, hier mag ich nicht so gerne langlaufen. Das ist mir viel zu offen. Na, wo können die denn sein? Wer ist das, dass ihr irgendwo seid? Mit demnächst ein teammate gestorben. So, da musste ich leider cutten. Dein Videoclip war... Das war schon 15 Minuten, ey. Darauf habe ich gar nicht gedacht, weil ich... Gehofft habe, dass es zu Ende ist. Aber... Ja, es ist jetzt zu Ende. Ja, egal. Also hätte ich niemals gerechnet, dass es noch 15 Minuten oder länger geht. Aber ist ja egal. Besser für euch. So. Also ich dachte mir heute echt, dass ich mal einen kürzeren Clip mache. Aber... Ne, ne. Die Natur sagt was anderes. Niemals. Nicht grüß auf... Nein, nein. Aber egal. Was habe ich überhaupt mit dieser Runde gespielt? Ich habe ja überhaupt nicht auf das Scorboard geachtet, ne? 15 zu 5. Nice. Da habe ich echt eine Menge noch geholt. Und das habe ich jetzt echt mal geschafft. Krass. Einkehren mit der Armine. 10 Stunden Naval Strike. Hm. Okay. Ah, das war schon nice am Anfang. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020